Halli Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty Black Ops 2 mit dem Sebastian Ja Mal hier live und nicht wie das erste äh wie der erste Part so nachkommentiert ähm und ich wollte sagen was soll man spielen äh das ist mir egal einfach irgendwas Abschluss bestätigt oder Sprengkommando Ach lass die im Deathmatch oder hast du das letztes mal schon? Ok ne lass Abschluss bestätigt hab ich grad eben aber ja egal ne warte Part Wittner das jetzt im Deathmatch weil weil Baum ähm Melltown stimmt mal von Melltown oder ich jemand besser ne für Melltown besser ihr könnt vielleicht hört den Bass jetzt grad bisschen so komisch aber das ist weil ich grad 7.1 angeschalten hat bei meinem Headset aber ich mach es aus nein nein ich glaub das nimmt es gar nicht auf ich bin mir nicht sicher egal ich will's für dich hoffen ja so 10 Sekunden geht's los das war hier ja alles schauen alle stumm schalten klassen die die Toren ich könnte man ja nicht hören dritte Waffe anschalten also zurück Sturmgewege könnte ich mal oh kugelsichere Weste so wo hast du die her? wo kriegt man die? ne Ahnung ja wahrscheinlich erst ab Level irgendwas mit 30 oder so aha jetzt hatte ich gar keine Zeit dann Melltown oh ich bin schon drin Pakistan oh du bist so ein Arsch so nehmen wir die KQS oder ach ich nehme die MSC da steht immer noch Warte auf Spielstatus oh verdammt gut das erste Gameplay war schon auf der Map nach Eger oder echt nein da war es gar nicht genau in die Landau genau das Standort hast du mir sogar gestern gesagt so jetzt geht es mir auch los so ich nehmen die PDW gut hinter dir was auf der Hand ist jemand ja ich bin aber gerade ein bisschen Leggi da ist einer Alter ah wie ich die Leute hasse lass mal gucken dieser Geflasht schlägt sich hin und dann ja hab ihn getotet oh leck mich jetzt leckt es nicht mehr gut alter Jona die kommen alle von der anderen Seite da waren drei Leute bei mir ist das irgendwie gerade voll komisch es hat noch nie so fett geleckt es ist oh Drohne was ist das denn alter wie das Leggert ah bei dir sind die ganzen Gegner ja habe ich auch schon gemerkt aber ich weiß nicht wo die sind ah ich bin hier reingeflüchtet oh oh what the on Sniper ich hasse diese Leute ähm oh wir haben ne Aufklärungsdrohne gell ja von mir alter wo die alle da hinten spawnen 5 zu 1 ich bin grad die ganze Zeit gestorben und ich hab grad überhaupt keine Übersicht über das Spiel da soll wo kann der einher Loll von einer Seite Cranker Shit gut ähm ah das japs ist bestätig nein das Team Deathmatch was ich hab den gar nicht getroffen mit seiner mp7 na die ist ja aber nicht so wie in mp3 so kommt trotzdem kotzt ihn nicht an alter wie es mich vertraut verdammt was hat es denn jetzt gerade bei mir geht es mal töd dich ein dann ist so komisch wie ich immer auf Messer drückt das ist so ein scheiß mit 6 von mp2 ok ja und der Messer ist ja nicht so wie ja die Granate schmeißt stirbt der kennt's nicht Volltreffer ja das hab ich auch gehört Juna ich hab ne Granate geschmissen und bin gestorben deswegen schmeiß ich nicht hab grad einen abgeknallt der auf mich ne Granate geschmissen hat alter was war das denn grad von fail beim Aiming so naja 12 zu 3 kann man glaube ich ich glaube anbieten schlechter wenn Gameplay äh ja naja alter war ja total verfehlt hier das Messer ist hammer scheiße finde ich toll es ist naja mhm das hat aber schlecht 5 zu 5 alte 4 hier oben ohne hocken feind ausgeschaltet fuck da muss sie nachladen ich glaub's ich wieder da alter boah wie das leckt ach scheiß jetzt bin ich gestorben ey ich will heute die Idee nach kacken ab ey da heißt es kacken ab ich weiß es nicht knapp gut jetzt ist er tot sie sind alle auf der anderen Seite weißt du mal eine Mine hinflägt hinter was ah meine Drohne ist schon wieder aus schade da oben steht da noch wo denn oh was ist denn das für ein Noob ey 6 7 richtig scheiße verdammt wie sie auf einmal alle zu viert von da hinten angerannt kommen das ist schon nicht mal normal ja schau was sind der Gegner der mich grad abgeschossen hat heidigsblechle boah die spornet alle auf der anderen Seite ey was meinst du mir da dahinten so ein kack ich glaub immer auf die andere Seite weil ich kein Gegner finde und dann spawnen ja alle wieder auf meiner Seite abgeschossen 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 so von hinten oh guck das genau das habe ich gemeint ich schieße jemand ab warte dann ein Stückchen und dann spawnen sie alle wieder auf der anderen Seite hm ich bin gerade in dem ein Kühlturm hier soll das ist denn jetzt dann schau ach so da war dahinter noch eine Rohn er an Kornmann die Waffen und ich nicht ja das Spiel ja zufällig habe ich halt nicht viel zeit weiß ja nicht ob du sowas kennst hier unten war ich noch nie nein war glück gehabt ich bin gerade im untergrund gewesen es gibt keine Drohne mehr verdammt das habe ich gedacht ich auch mal hin wie alle anderen die sind penner und dann ich bin gleich wieder auf der anderen seite ist ein loop springt halt ins wasser habe ich gesagt warum habe ich es ausgesprochen ach der ist schon unten alter jedes habe ich eine plus kd kommt wieder einer muss ja mal merken wo die spawnpunkte sind ich spawn nehme aber merkt mir das sie wo ich spawn na das juckt nicht gleich weiß dass sie auf der einen seite spawn da wo ich jetzt gerade hinlaufe auch schon entzielt langweilig 218 naja 11 11 ja alter wie wollen sie mir haben sie so viele leute so schwule penis gemacht ist gar scheinbar nicht schlecht zu sein anscheinend aber ich habe die leider noch nicht super star ich habe ein neues mg was juckt mich ich habe endlich ein besseres visier für meine waffe oh oh